Und Chat, ihr müsst mir gleich unbedingt helfen mit dem Schalten, ne? Alter, das wird nämlich maximal Lust. Also diese Fahrhilfe habe ich drin, die einen empfiehlt, in welchen Gang man schalten muss. Ja, die habe ich drin. Äh, welche Wette? Top 10. Top 10, Bruder. Also, mach lieber eine Wette, fahre ich das Rennen zu Ende, ja oder nein? Hey, geht fit. Ey, ich glaube, die Runde war stabil. P6, Junge. Alter. Oha. Voll gut. Boah, fuck. 25% Rennen. Ey, Tom, Forza, Ferrari, wir machen das. Und ich bin in, und das ist nicht gut. Innen wird meistens reingeschossen. Ich fahre einfach vorsichtig. Virtuelles Safety Car. Oh, ne, normale Safety Car. Da, als wäre ich jetzt zerfetzt am Start. Ey, aber ich habe zwei Plätze gut gemacht, alles entspannt. Äh, wie ist das? Wann kommt ein Safety Car wieder rein? Das macht doch safe noch eine Runde, oder? Ich habe aber echt, echt tatsächlich das Gefühl, dass ich mit Schalten viel mehr Kontrolle über das Fahrzeug habe. Das ist echt geil. Je manueller man fährt, das macht viel mehr Bock. Das ist ja ein Trümmerbruch. Ich habe Schaden am Auto, ich muss in die Box. Aber da konnte der vor mir nichts machen, konnte der nichts machen. Der ist so unglücklich wieder auf die Strecke gekommen, was soll er tun? Kann auch alles passieren, Box Box. Er deutlich zu viel Gas gegen, kann aber passieren, wenn man nur gelegentlich wird. Ja, weil er hat ja jetzt nicht auf Absicht einen rausgehauen oder so. Von daher ist ja alles gut. So, Box Box Chat, weiter geht's. Neun Flügel dran und dann holen wir das Ding von hinten auf. Lol. Genau jetzt ist Safety Car. Genau jetzt ist Safety Car, wo ich aus der Box komme. Das ist ja unlucky. Oh, keine Zeitstrafe, ich gehe rechtzeitig in die Box. Haha. So. Ich gehe wieder zurück auf Softs. Perfekt, Chat sagt keine Softs. Egal. Oh, ich habe leichten Schaden am Heck. Ich muss jetzt aber echt schonend damit fahren. Ah, ja, ja, ja. Müssen halt schon ein paar Runden machen. Alles gut. Nichts passiert. Nichts passiert. Alles gut. Ich lasse den das hier machen. Sehr schonend gefahren. Ja, ja. Digga, geil. Tom auf der 1. Let's go. Alles gut. Boah, Chat, ich bin so in meiner Prime gerade. Mit Schaltung. Ja, okay. nhất水分. 温度. Boah, ist das intensiv. Nein, nein, ich wollte zu viel, weil ich eine Lücke gesehen habe, wo keine war. Chat sagt, ist nicht meine Schuld. Ich glaube aber schon, bin da unnötig reingestochen. Boah, wie viel hole ich denn auf die vor mir auf? Hilfe, haben die beiden ein kaputtes Auto oder was? Ja, ja. Push, push, set. Es läuft gut. Oh, ich habe gerade vergessen zu schalten. Lost. Oh, ich habe gerade vergessen. Hey, ich bin eigentlich echt zufrieden. Fähres Duell. Sehr geil gefahren. Vamos. Let's go. GG's, Alter. Geiles Rennen, Mann. Das hat richtig Bock gemacht. Ey, das hat richtig Bock gemacht. Alter. Das hat richtig Bock gemacht. Das war ein cooles Rennen. Nächstes Rennen ist Italia. Er hätte Platz lassen müssen. Nee, nee. Der ist als erstes in der Kurve da. Da stehe ich rein. Das ist meiner. Der macht halt die Tür zu. Nächste Wette. Kommen Tom und ich beide in die Top 10. So. Qualifying. Reingeht's. Das ist ein Monster. Das ist nicht die Mulla. Das ist ein Monster. So. Jella. P-10. P-10. Ist aber okay. Nimm ich mit. Platz 10. Kann ich mit arbeiten. Ohne Witz. Dafür, dass ich das erste Mal schalte, bin ich so zufrieden, ne? Ihr müsst durch die erste Kurve gleiten. Einfach kein Ufer. Ja, da lass. Also aus der ersten Kurve halte ich mich so raus. Und wenn ich da fünf Plätze verliere, die sollen da ihr Ding machen. In der ersten Kurve mache ich gar nichts. Oh, ich mach doch was. Ah. Sorry. Ah. Hey. Hey, 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 hey. Alles gut. Welche für den Safety Call? Boah, fand Felix raus. Aber der ist so gut gefahren gerade. Boah, was ein Duell, Alter. Boah, drei Autos nebeneinander. Ich steck zurück. Boah. Komm, Junge, saug. Saug. Lieber zurückstecken. Boah, macht das Spaß mit Schalten. Alter, das ist ja so geil. Bruder, das macht so Spaß. Boah, nein, nein, bitte nicht. Nein. 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 Es hat so Spaß gemacht. Oh, nein. Warum? Es hat so Spaß gemacht. Warum? Aber Chat, ohne Witz macht mit Schalten so viel mehr Bock, wenn man ein Lenkrad hat. Junge, wie konnte ich ohne Schalten fahren? Das ist ja absoluter Kindergeburtstag. Dagegen. vorace. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Die imwoälder. Tschüss. Musik . Musik . Musik .